herzlich willkommen in der nächsten part liebe leute wir machen uns jetzt hoffentlich hilfe und auf dem weg zur route 6 wussten weiter geht und ich werde da vorgesinnt da meine pokémon bisschen aufzuhören denn das schadet nie ein bisschen power brauchen die nämlich noch weshalb ich jetzt einfach mal fit mache dann sind wir weiter so der part kann eigentlich ganz lang sein weil ich die part noch rein quer zu nach den letzten aufnehmen wie gesagt ich muss gleich so eine veranstaltung weshalb ich dementsprechend jetzt hier auch gleich schluss machen werde aber ein bisschen wollte ich noch aufnehmen und ich wollte heute auch ein part bringen deshalb seht ihr den sie eben weil ich eh eine hauptungslöcks aufnehmen muss weil ich deshalb im stress bin wegen schüler time wo es bin während ihr ein part anseht ich habe ein bisschen längere gesichter jetzt wisst ihr bis heute so jetzt heißt es wie diese farb am optimalsten vermeiden es ging irgendwie aber ich weiß nicht mehr wie jetzt einmal rein vielleicht komme ich darüber so durch irgendwie wenn ich nicht gelandet ach ja dass ich dieses pokémon hotel gedünste da glaube ist dieses fahrm hotel was er durchaus mal sympathisch interessant aussieht aber nein da will ich nicht unbedingt hin ach wer ist denn hier ach das ist nur mann ich dachte ich werde das ähnlich aus wie dieser eine trainer da aber okay eigentlich müsste ich hier so lang aber hier komme ich nicht weiter irgendwie ordentlich jetzt nämlich mein problem Desen letzten Parten hatte, wo komme ich hier weiter? Weil ich will nicht nochmal x mal über diese eine Farm da laufen, weil das führt zu nix. Aber ich habe eine Theorie, die besagt nichts ist hier mit Pokémon zu prügeln. Ich möchte leider außenrum ums Heu gehen. Die muss jetzt auch nochmal komplett durchs Gras laufen. Aber ich glaube, wenn ich so aus die Pforten bin, kann ich dann so außenrum weiter gehen. Und das müsste eigentlich funktionieren. Aber es lag mit denen nicht so rum, sondern da tue ich sie einfach zu den Wegshubsen hier. Ja, weil ich habe einfach keine Lust auf dieses Nestwerk. Einfach. Da war doch irgendwo ne Tür oder nix. Oder vielleicht doch auch nur falls das boote. Doch, aber hier stimmt so. Hier? Ja. Hier bin ich ganz kurz dort wo ich hinwollte. War eigentlich besonders schwer. Wer meinten weiß wo es lang geht. Und dies wie es einfach kommt, der blind durch die Gegend läuft. So und hier kommen es über Umwege, aber immerhin ich komme auch zu dem Ort, zu dem ich nix eigenes hinwollte. Yeah. Nein. Nein, weil die rote 6 ist da. Ich musste erst komplett außenrum laufen. Ich sehe es so in Form hier. Aber nein. Ich komme schon zu meinem Ziel. ich komme dahin ob er mich jetzt glaubt oder nicht ich komme zum schild so hier ist jetzt ein bisschen gebüß aber das ist nicht so schlimm jetzt sind wir wieder auf der straße hier in kanta city da ist das was zwei parten zu nehmen weiter und jetzt habe ich sie in gesaft bis jetzt nicht dran vorbeikommen ich frage es mich wo man es ist dann lang ich meine ich gehe mal hier durch vielleicht wenn es jemand glück aber das tut man eigentlich entwickelten plan b als hund wegsmeißen aber es war mal hier lang vielleicht sind es hier weiter ich habe keine ahnung wir versuchen wir in dem part einfach nur in dem nach dem weg ich will nicht kämpfen deshalb sind einfach flüste weil ich habe den letzten parts und die ganze zeit gemacht gefluchtet aber das ist eigentlich der grund weshalb ich hier war ich jetzt aber nicht so durch wie es will aber wo soll ich dann lang gehen wenn es durch den weg nicht geht ich verstehe es nicht oder gibt es irgendeinen ganz offensichtlich diesen weg den ich einfach nicht sehe weil es so dumm so blind so weiter immer bin es ist dies nicht es ist dies nicht auch hier dass wir heute mit dem weg sind es ist es ist es ist es ist es ist es ist es Ich trage mich trotzdem immer noch, wo wir da zielführend wirklich hinkommen, wo er es denn hin will. Weil hier ist das Problem, wir kommen... Seht ihr genau, hier ist auch das im Weg. Ich verstehe jetzt nicht genau, was die... Ach, da ist ein Weg, glaube ich. Aha. Das ist eingeschäunt, da kann es auch nicht sein, verdammt. Okay, aber wie gedenken die dann... Darf ich rüberkommen? Ich verstehe es nicht. Hm. Weil das Problem an der ganzen Sache ist nämlich, wie ihr seht, da muss ich erst gut Sound überlegen. Deshalb hat das jetzt eigentlich nicht so funktioniert, wie es soll. Dass der Weg ist, das Wissen. Und ich muss nachschauen, wie ich diesen Weg umgehe. Ich verstehe es jetzt weiterkommen. Und das finde ich mal heraus bis zum nächsten Part. Mit dem Expressen kommen wir den Part jetzt nicht mal viel machen. Und ich würde den jetzt einfach mal beenden. Und ja, im nächsten Part geht es weiter. Und bis zum nächsten Part bin ich einfach so, dass wir uns einig... Bin ich so zu der einen Stelle hingelaufen. Und dann sehen wir uns an der einen Stelle wieder, weil sonst... Ich müsste jetzt noch einen Part mitgehen. Und suchen, verbringen und so weiter im Expressen. Im nächsten Part sind wir da. Jetzt sage ich es macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Und ciao!